überall fehler alter habe ich alles miterlebt hat mich alles super aufgeregt sie haben in den patch notes von 1,1 nuller dings patch oh gott das ist alles so kompliziert da ne diese bezeichnung kann man nicht einfach sagen patch der alles behebt 1 patch der alles nochmal behebt 2 oder sowas ist es jetzt auch wieder ein fehler ich glaube dieser patch der jetzt raus kam der hat mehr fehler ins spiel gebracht als behoben was geht leute willkommen zu einem neuen commentary auf meinem kanal ja wir sind wieder hier und es ist kein edit nein es ist kein amsterdam video nein es ist ein commentary es ist alles live es ist alles live und wir befinden uns gerade in dem frischen patch 1.1.1 nee 1.1 1.0 26 äh es gab eine menge fehler ihr seht das ne in der willkommensnachricht es gab eine menge menge fehler die habe ich alle miterlebt und mich hab mich hat das sowas von aufgeregt aber gut jetzt sind sie ja behoben zum glück wir spielen heute mal in einem kleineren in einer kleineren sitzung denke ich es sei denn wir wären irgendwo reingeschmissen das kann auch sein da ich ja die spieler ja live live ermittel ne vermittel was kann es deutlich sein dass das hier kann es deutlich sein was laber ich denn heute schon wieder alter es ist spät ja ich muss eigentlich ins bett äh sandmann kam eben schon ich müsste jetzt eigentlich ins bett aber ich bin ganz böser bursche und spiele jetzt noch mal eine runde an chartet extra für euch damit ihr auch was im gucken habt und nicht immer diese ganzen langweiligen anderen leute da ja so bin ich zu euch ne so bin ich zu euch zu euch meine drei zuschauer ja ja so und ähm als kleinen trost für das nicht versprochene das doch versprochene edit das nicht gekommen ist so war es so rum alter ist alles voll kompliziert hier bei mir ähm gibt es jetzt einen kleinen vorgeschmack hier hier ersten clip exklusiv nur für euch für die leute die jetzt das commentary gucken jetzt ja und das war auch schon der clip gut man sieht ich habe sehr viel gemacht ich war sehr produktiv in den letzten paar jahren und ja das wird ein meisterwerk ich sehe es jetzt schon kommen gut wird jetzt auch mal das spiegel gestartet wir haben uns ja eben diesen tollen langen clip angeguckt der sehr aufwendig war es hat sehr viel zeit gekostet ja ja ich weiß am start am video bekommt ihr allerdings noch nicht zu sehen das ist noch nicht in der finalen fassung wie das eben was ihr gesehen habt sondern äh es ist naja so das gegenteil von diesen 97 prozent also minus 97 prozent so geht es jetzt hier auch mal los ich habe schon wieder mein ganzes pulver verschossen habe ich so das gefühl und es geht noch nicht los äh toll vielleicht sollte ich das nochmal überdenken mit dem ok ich starte jetzt schon mal die aufnahme bevor ich überhaupt spiele habe bevor das spiel überhaupt losgegangen ist ja vielleicht gehen die auch gleich alle wieder weg man weiß es ja nicht die machen ja immer was wir wollen das schöne ist man kann jetzt auch nicht rausgehen wir können vielleicht mal ins geschäft gehen nein können wir auch nicht machen ok herausforderung es gibt gegner mit marken booster markieren ich habe den marken booster leider nicht äh aktiviert ich habe nur den kevin booster aktiviert und naja das war auch wieder ein witz den kann ich mal kurz streichen wieder ok so die teams wurden irgendwie wieder aufgelöst das ist ja interessant ich bin übrigens level 29 ihr habt vielleicht schon gesehen und äh wie soll ich die zeit jetzt hier noch rum bringen das ist schon sehr es ist schon okay ich mache mal kurz hier einen cut es dauert hier ein bisschen lange also ich mache mal kurz einen cut gleich geht es weiter gleich geht es weiter ja leute da sind wir wieder ne und wie durch zufall ich habe gerade das spiel nochmal neu gestartet weil es wollte irgendwie nicht ich habe jetzt gerade sehr viele spieler gesehen oh ich habe meine reliquien hier unten rechts jetzt stehen wisst ihr bescheid so viele reliquien habe ich ist das jetzt auch wieder ein fehler ich glaube dieser patch der jetzt raus kam der hat mehr fehler ins spiel gebracht als behoben naja und man sieht es vielleicht ich weiß nicht ob alle die gleichen namen haben aber ich habe ja eben das spiel nochmal neu gestartet und jetzt bin ich lustigerweise mit sehr vielen leuten wieder in der gleichen lobby hm komisch merkwürdig ja aber jetzt können wir endlich mal spielen ja ich sitze jetzt hier schon wieder eine halbe stunde und habe immer noch nichts gemacht alles klar das läuft auf jeden fall in der videoproduktion und davon kriegt er nichts mit naja okay ich sitze wieder ein bisschen nah dran merke ich gerade und scheiße ich habe die sniper ausgerüstet oh fuck das muss ich erstmal ganz schnell ändern was habe ich denn da eben wieder gemacht hier ich habe so eine classic das ist die h39 die haben wir ja schon in der letzten äh ne nicht die h39 sondern die hs39 die haben wir ja schon in der letzten ähm in der letzten folge haben wir die ja schon ausprobiert hahaha und hallo 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 oh das wäre cool gewesen aber da war ja niemand äh ich bin ein miserabler sniper wisst ihr das eigentlich ok ist da irgendwas ich versuche damit immer tolle clips zu erspielen aber ich kann es einfach nicht und deswegen sollte ich es am besten lassen so warte mal freundchen hä wie wie denn bitte ist da eine erhöhung oder 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 ich verstehe die map nicht also ich mag die map auch gar nicht also das ist wirklich eine der maps die ich nicht mag malagaskar mag ich ähm die wurde ja irgendwie mit dem 1.08 patch glaube ich kurzzeitig rausgenommen ich habe sie aber jetzt irgendwie nicht mehr gesehen sie haben in den patch notes von 1,1 0er dings patch oh gott das ist alles so kompliziert da ne diese bezeichnung kann man nicht einfach sagen patch der alles behebt 1 patch der alles nochmal behebt 2 oder sowas ja ähm genau und da haben sie das irgendwie in den patch notes geschrieben dass der die madagaskar map soll ich ihm helfen nein äh dass die irgendwie nicht in der map rotation war aber ich habe sie jetzt auch noch nicht äh gespielt nicht mehr bekommt ganz komisch vielleicht haben sie da ein bisschen geflunkert ich weiß auch gar nicht warum die rausgenommen war war das so ein bug wieder wie alles in dem spiel oder ich weiß es nicht keine ahnung fragt mich nicht ich bin nicht naughty dog mitarbeiter sondern ich bin jemand der seinen job richtig macht als ob naughty dog das nicht machen würde und ich habe einen kill wuuu punkte 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 und ich spiele übrigens auch wieder nur kommando hier man sieht das wieder ah um gottes willen ich habe ja auch merke ich jetzt ist gerade ich habe mir die steine geholt ich spiele übrigens wieder kann man doch kommando nicht weil es mir am meisten spaß macht sondern weil man da auch die meisten punkte bekommt um zu leveln man hat zwar in der team deathmatch dings da ja die medaillen noch aber das bringt bei langem nicht so viele punkte zumindest bei mir nicht wie als wenn ich kommando spielen würde so die haben wir jetzt ein bisschen angehittet jetzt machen wir den hier und zack und ja haben wir ihn noch gekriegt jetzt haben wir hier irgendwo ein teamkollegen und ja es läuft alles bestens so muss das sein ein unterhaltsames commentary ich bin mal wieder kapitän weil ich der beste bin und ich habe eben meine zunge verschluckt aber sie wurde wieder rausgefischt von einem fischer für spritz sie versuchen mich zu killen aber sie können mich nicht schlagen denn ich bin bester spieler des jahres ok da sind wieder ganz viele böse jungs wir holen uns mal ein helfer boy ich hätte übrigens jetzt gerne irgendwie granaten weil mit granaten konnte ich mich jetzt doch relativ gut anfreunden da ich sehr lange damit gespielt habe letztens weil ich musste das jetzt auch machen mainstream folgen egal mainstream folgen weil jeder mit granaten spielte mich jetzt eigentlich auch machen das einzige was ich nicht mache wenn ich die mainstream folge ich spiele kein pokémon go weil ich habe noch nicht die kontrolle über mein leben verloren okay das musste auch mal kurz sein ein bisschen gesellschaftskritik hier ja alles klar wir sind 40 und ja ganz gut dabei glaube ich so was haben wir immer wieder so ein paar hier zack und so nein das hasse ich immer was habe ich eigentlich für eine hä guckt euch mal meine ich habe eigentlich diese lava tarnung und die sieht gerade ganz ganz komisch aus nein ich untersteh dich alter untersteh dich wir sind 60 wir dürfen nicht gekillt werden aber wir werden ja nicht gekillt hä was hat was ist mit meiner tarnung passiert alter äh hallo 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 ich habe eigentlich diese glühende tarnung und und das glühende ist irgendwie weg man sieht Bugs 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 überall Bugs Bunny und äh ja was soll ich sagen das sieht jetzt total scheiße aus bewegt sich das noch ein bisschen ne das gelb fehlt halt nur sonst ist alles da scheiße hallo 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 was ist denn da los hallo kannst du hast du nochmal einen Chintamani Stein Freundchen hallo ich bin euer Kapitän alter ihr habt gerade 60 Punkten den Gegner geschenkt die führen jetzt danke ihr Ärsche also ich bin schon mal aus dem Schneider raus ich war jetzt nicht schuld ich muss hier die äh Leute unterhalten die 5 Leute aber ihr seid die besten Leute alles klar knappes Spiel ja 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 leck mich am Arsch wir drehen das alles noch keine Sorge keine Sorge pass auf ich bin dir jetzt mal geholfen danke naja naja jetzt hört mal auf hier hallo ok ach war schon angenommen so dann meine meine hin komm her den wollte ich mir eigentlich holen aber das ist ja egal jetzt Hauptsache wir haben wir haben äh die uah ja die da sieht man es wieder P90 overpowered as hell und ich habe äh letztens übrigens eine Truhe freigeschaltet ähm mit der ich auch die P90 freigeschaltet habe alter Schwede du aber die habe ich jetzt noch nicht gespielt oh Gott nein ich habe keine scheiße nein fuck it äh man sieht wieder ich weiß gar nicht ey Junge ich wollte warum hat der sich da jetzt weg bewegt ey mhm egal wir führen auch wenn ich gerade ein bisschen verkacke sieht ja keiner das ist auch das der Vorteil wenn man äh nicht mehr so viele Zuschauer hat die das interessiert ähm es sieht ja keiner es ist ja nicht weiter schlimm hallo ich kriege hier wieder keinen ich mach selbst Mod ne das macht keinen Sinn mehr hier alles scheiße alles blut aber dafür habe ich jetzt einen Kill bekommen und die Tarnung ist echt dauerhaft kaputt irgendwie hm naja einfach keine Energie mehr ne Sonne ist weg Solarenergie kann nicht mehr getankt werden so ist das normal in der heutigen Welt so funktioniert das die Klasse ist übrigens immer noch die gleiche wie letztes Mal äh falls ihr das letzte Video nicht gesehen habt dann habt ihr es auch nicht verdient zu wissen was das für eine Klasse ist oh man alter komm her komm her also Leute die mit dieser komischen Mikropistole da spielen ne die haben ja auch generell schon mal ein Rad ab ne so ich versuche das jetzt aber noch mal alleine wohlgemerkt alleine wieder mal B einzunehmen und wir verkacken hier wieder am laufenden Band und jetzt dieses Scheiß Sniper ist immer noch da ich raste aus ey ja hier ist auch noch mal so einer wffwa capitalism was machen ey was machen Ja, der kommt jetzt hier runter. Leck mich am Arsch, diese scheiß Helfer, ey. Diese Helfer sind total unnötig. Ohne Spaß. Respawn in Null. Alter, Leute. Was habt ihr hier mit dem Update gemacht? Ey, das ist ja katastrophal jetzt hier. Ich mache hier keine Kills mehr. Das ist doch eine Mine. Und ich habe jetzt irgendwie wieder Granate im Kopf gehabt. Es läuft irgendwie alles gegen mich heute. Also ehrlich, ich fühle mich ein bisschen verarscht gerade. Und yo. Sagen wir mal, ist das nochmal? Der Sniper ist immer noch da. Komischerweise hat er noch volles Leben. Hat auch keiner drauf geschossen. So. Ja, das bringt alles nichts mehr. Diese 17 Punkte können wir jetzt nicht mehr aufholen. Was heißt aufholen? Das können wir nicht mehr vermeiden, dass die das bekommen. Auch wenn ich hier nochmal blockiere. Aber wir haben noch ein DMC noch. Ja, es war ein sehr tolles, unterhaltsames Spiel. Wie immer eigentlich. Ich habe wieder ein scheiß Lappenteam gehabt. Gut, ich habe auch nicht sehr gut gespielt. Aber es läuft irgendwie heute alles gegen mich. Ich bin negativ. Okay. Wenigstens etwas. Aber naja, was soll ich sagen. Spiel habt ihr wieder verbuggt. Ohne Spaß. Ich habe das zwar vorher so gesagt. Vorhin. Äh. Ja, das hatte ich alles auch erlebt. Aber wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe keinen einzigen Bug wahrgenommen. In der Form, wie er wieder aufgelistet war. Kann man das noch irgendwo sehen? Ich blende das nochmal kurz ein. Äh. Und jetzt ist es irgendwie verbuggter als zuvor. Naja. Anschattet vier meiner lieben Freunde. Es wird hoffentlich noch was. Auch wenn ich immer wieder von Tag zu Tag den Glauben daran verliere. Naja. Lassen wir uns nicht unterkriegen. Ich habe ja auch gelernt, mein behindertes Kind zu lieben. Also, naja. Gut, dann war es das wieder für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es hat euch unterhalten. Und berichtet mir von eurem Bug-Reports, Bug-Erlebnissen. Ich werde das Ganze dann weiterreichen. Denn ich habe ja Kontakte auf Facebook. Weil wir sind ja Freunde hier, die CEOs von Naughty Dog und ich. Also wir sind so ganz dicke. Und dann meckere ich da mal wieder ein bisschen. Schreibe ich einen Text und dann machen die das richtig. So. Und in diesem Sinne. Haut da rein. Freut euch auf das tolle Edit. Ihr habt heute einen mega krassen Vorgeschmack bekommen. Also. Äh. Haut da rein Leute, ne? Bis dann. Tschüss.